In diesem Video zeige ich euch auf ganz einfache Art und Weise, wie ihr Musik in euren Streams abspielen könnt, ohne dass die Musik später in euren Twitch-VODs zu hören ist. Und das Ganze dann sogar auch ohne extra Software, die ihr installieren müsst. Immer mehr Leute fragen danach, wie es denn möglich ist, Musik im Stream zu hören, aber diese nicht in VODs zu haben. Das heißt, eure Zuschauer können während eines Livestreams der Musik lauschen, aber später, wenn der Livestream vorbei ist und das Ganze zu einem VOD wird, ist die Musik nicht im VOD enthalten, aber alles andere. Das Ganze muss gar nicht kompliziert sein und kann direkt mit OBS umgesetzt werden. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Ganze in OBS und, ja, für alle Streamlabs-OBS-Nutzer auch in Streamlabs-OBS machen könnt. Seid ihr es auch leid, immer wieder stundenlang nach Musik zu suchen, die ihr ohne Probleme in euren Livestreams oder Videos nutzen könnt? Wer es noch nicht weiß, die Nutzung von Musik, die in der Regel urheberrechtlich geschützt ist, ist ohne klare Zustimmung bzw. Lizenz nicht erlaubt und kann mitunter im schlimmsten Fall zu einem Bann eures Kanals führen. Mit Panda Beats gibt es nun direkt aus Deutschland Copyright-Free-Music für eure Livestreams und Videos. Kostenlos! Die Musik ist auf vielen verschiedenen Streaming-Plattformen wie Spotify, YouTube, Amazon, Deezer und vielen mehr verfügbar und kann ohne Bedenken genutzt werden. Mit dem neuen Album No Copyright Beer Trap erhaltet ihr seit kurzem gleich wieder 25 neue Tracks. Alle Infos zu Panda Beats findet ihr über die Links in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, ich werde dieses Video in zwei Parts unterteilen. Erstmal werde ich euch zeigen, wie ihr genau die Basics in OBS oder Streamlabs OBS umsetzt und dann werde ich später auf konkrete Einstellungen eingehen, die ihr vornehmen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein GoXLR verwendet, wenn ihr ein Wave-Mikrofon verwendet oder wenn ihr aus meinem vorherigen Video WinCapture Audio als OBS-Plugin verwendet. Aber bevor wir beginnen, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Nur weil ihr Musik aus den VODs rausnehmt, heißt das nicht, dass ihr keine Probleme mehr wegen Urheberrechtsverletzungen bekommen könnt. Das heißt, wenn ihr mit dem ganzen Thema Urheberrechtsverletzungen noch nicht so Bescheid wisst, schaut euch gerne mal das Video in der Videobeschreibung an. Da habe ich einmal verlinkt, wie das Ganze denn aussieht, was ihr dürft und was nicht. Spielt ihr Musik ab, für die ihr keine Rechte habt, dann ist das Ganze auch eine Urheberrechtsverletzung, wenn es im Livestream zu hören ist und nicht in den VODs. Das nur als kleiner Hinweis, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Beginnen wir doch als allererstes einmal mit OBS Studio. Bei OBS Studio habt ihr die Möglichkeit, eine VOD-Spur auszuwählen. Was ich damit meine, ist folgendes. Wenn ihr in Einstellungen wechselt und dort dann auf Ausgabe, könnt ihr hier den Ausgabemodus auf Erweitert stellen. Das gibt euch folgenden Vorteil. Klickt ihr hier auf Stream, habt ihr die Möglichkeit, hier eine Audiospur auszuwählen. Die erste Audiospur, die ihr auswählt, ist eigentlich die, die für den Stream genutzt wird. Und darunter habt ihr, wenn ihr Twitch aktiviert habt in OBS, die Möglichkeit, eine VOD-Spur zu aktivieren. Und diese VOD-Spur gibt euch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine andere Audiospur haben als die Live-Spur für meine VODs. Und diese könnt ihr dann bearbeiten. Solltet ihr die VOD-Spur hier nicht sehen, liegt das daran, dass ihr hier unter Stream nicht Twitch ausgewählt habt. Was machen wir also, um das Ganze relativ simpel zu halten, ohne irgendeine blöde Software wie Soundtrack bei Twitch? Sorry, das musste ich jetzt einfach mal loswerden, die Software ist absoluter Müll. Ihr könnt hier das Ganze in OBS machen. Twitch VOD-Spur aktivieren. Und dann nehmt ihr zum Beispiel, wie hier vorgegeben, die 2. Ihr könnt aber auch die 6 nehmen oder irgendeine andere. Außer die, die ihr als Audiospur für den Livestream gewählt habt. Nehmen wir einfach mal die 2 und klicken auf Übernehmen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wenn wir streamen, wir nicht nur eine Audiospur an Twitch senden, sondern 2 Audiospuren, nämlich Spur 1 und Spur 2. Twitch verwendet für den Livestream dann Spur 1 und fürs VOD Spur 2. Problem ist aber folgendes. Wenn ihr jetzt nicht genau konfiguriert, was auf Spur 1 und auf Spur 2 zu hören ist, wird in beiden Spuren wahrscheinlich das gleiche sein und ihr habt trotzdem wieder Musik im VOD. Also erster Step wäre diese Einstellung. Zweiter Step wäre, dass ihr in die erweiterten Audio-Eigenschaften geht. Dafür könnt ihr hier einfach auf eins der Zahnrädchen beim Audio-Mixer klicken und dann auf Erweiterte Audio-Eigenschaften. Ihr bekommt dann ein Fenster, in dem alle Audio-Quellen aufgeführt sind. Wichtig, hier werden nur die Audio-Quellen aufgeführt, die global eingestellt sind oder gerade in der aktiven Szene. Das heißt, habt ihr weitere Szenen, in denen ihr Audio habt, was sonst nicht zu sehen ist, müsst ihr dort auch noch die Einstellungen ändern. Was ihr also machen müsst, ist nun, dass ihr mal nach rechts scrollt. Dort findet ihr zu jeder Audio-Quelle die Spurenzuweisung. Und was ihr nun machen könnt, ist, dass ihr erstmal überall alle Häkchen rausnehmt. Außer bei der 1, dort bleibt alles aktiviert. Was nun passiert ist, dass das Audio für alle Quellen, die ihr habt, also alle Audio-Quellen, in Spur 1 geht. Das bedeutet, euer Stream hört noch alles. Er hört aber nichts im VOD, denn die Spur 2, das wäre ja diese hier, die wir ausgewählt haben, die enthält nun kein Audio. Was müssen wir also machen? Wir müssen hier nun die einzelnen Audio-Quellen aktivieren, die wir im VOD haben wollen. Hier in diesem Fall wäre das zum Beispiel ganz einfach. Ich möchte im VOD mein Mikrofon haben, also aktiviere ich mein Mikrofon. Und ich möchte im VOD mein Game-Audio haben, also aktiviere ich mein Game-Audio. Spotify zum Beispiel aktiviere ich nicht, also habe ich auch keine Musik im VOD. Und auch Chrome aktiviere ich nicht. Und wenn ich weitere Audio-Quellen habe, aktiviere ich das vielleicht auch nicht. Nur Mikrofon und Game-Audio. Fertig. Und für alle Leute, die Streamlabs OBS verwenden, dort ist es im Endeffekt gar nicht so anders. Das heißt, erster Step wäre, dass ihr einmal in die Einstellungen wechselt und dort bei Ausgabe den Output-Mode auf Advanced stellt. Habt ihr das getan, könnt ihr unter dem Reiter Streaming hier das Häkchen für Twitch VOD setzen. Also genau das gleiche wie bei OBS Studio. Ihr habt dann den oberen Audio-Track. Der ist für den Livestream. Hier wählt ihr 1 bis 6 aus. Ich würde es bei 1 lassen. Und bei Twitch VOD-Track könnt ihr dann die VOD-Spur auswählen. Zum Beispiel, wenn wir es wie bei OBS Studio machen, die 2. Und schon habt ihr auch in Streamlabs OBS die Einstellung, dass ihr eine separate Audio-Spur an Twitch sendet, nur fürs VOD. Hier könnt ihr dann diese erweiterten Audio-Eigenschaften aufrufen, indem ihr auf das Zahnrädchen geht über den Mixer. Und dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier die Zuweisung vorzunehmen. Zum Beispiel Desktop-Audio. Könnt ihr sagen, soll auf 1 für den Livestream sein, aber nicht auf 2 fürs VOD. Mick Aux soll auf 1 sein für den Livestream, aber auch auf 2 fürs VOD. Genau das gleiche Prinzip bei Streamlabs OBS wie bei OBS Studio. Kommen wir nun zum zweiten Part dieses Videos, wie man konkrete Umsetzungen dann einstellen kann. Im Endeffekt dreht sich alles darum, dass Musik von dem anderen Stream-Audio getrennt wird. Das heißt, ihr braucht die Musik als eigene Spur in OBS oder Streamlabs OBS, um die Musik aus dem VOD rauszunehmen. Egal, was ihr verwendet. Ob ihr jetzt direkt mit WinCapture Audio arbeitet, ob ihr mit Voice Meter arbeitet, mit Wavelink arbeitet, mit GoXLR oder sonstigen Geräten. Ihr müsst die Musik aus dem Stream-Mix trennen, um sie aus dem VOD rauszunehmen. Wie das funktioniert, habe ich euch ja schon gezeigt. Und was kann man nun machen, wenn man verschiedene Setups einsetzt? Das erste Setup wäre zum Beispiel aus meinem vorherigen Video, wo ich euch das Plugin für OBS Studio vorgestellt habe, WinCapture Audio. Damit habt ihr ja die Möglichkeit, alle einzelnen Audioquellen in OBS einzubinden. Das heißt, da solltet ihr kein Problem haben, dort müsst ihr eigentlich nur die Musik einbinden und sie dann, wie schon gezeigt, aus dem VOD rausnehmen. Was ist aber, wenn ihr zum Beispiel ein Elgato Wave-Mikrofon verwendet? Dort bekommt ihr ja eine Software, die es euch ermöglicht, alle möglichen Audioquellen schon vorher zu mischen. Und was dann passiert ist, dass ihr in OBS nur eine einzelne Audiospur habt. Das Ganze würde bei euch so aussehen, dass ihr dann zum Beispiel nur eine Spur hier in OBS eingefügt habt, nämlich Wavelink Stream. Und das ist euer komplettes gemixtes Stream-Audio. Wie bekomme ich denn jetzt meine Musik aus diesem gemixten Stream-Audio raus, um sie aus dem VOD zu entfernen? Auch super simpel. Ihr geht einmal in die Wavelink-Software. Dort müsst ihr sicherstellen, dass die Musik, die ihr abspielt, hier aus dem Stream rausgenommen wird. Das heißt, hier einmal auf das Häkchen klicken. Ihr könnt das Ganze natürlich für euch weiter auf die Ohren führen, aber nicht mehr in den Stream. Damit ist es schon mal aus dem Stream-Mix raus. Okay, Musik ist nicht mehr im Stream. Wie bekomme ich die Musik jetzt wieder in den Stream, ohne dass sie in der VOD-Spur ist? Dafür geht ihr nun weiter in OBS. In OBS wechselt ihr in die Einstellungen zu Audio und dort fügt ihr nun ein Desktop-Audio-Gerät hinzu. Und zwar wählt ihr hier Wavelink Music aus. Klickt auf Übernehmen und schon habt ihr ein Desktop-Audio-Gerät. Das könnt ihr dann auch Musik nennen, wenn das für euch einfacher ist. Und dies könnt ihr aus der VOD-Spur rausnehmen. Also erweiterte Audio-Eigenschaften. Und dort würdet ihr nun Mikrofon in den Stream-Mix überführen. Also in Spur 1 und auch in Spur 2 fürs VOD. Aber Musik, das wäre hier die obere Spur, Desktop-Audio, würdet ihr in den Stream überführen. Eins angehakt, zwei aber nicht. Nicht ins VOD. Und schon habt ihr die Musik trotzdem noch im Stream, aber nicht mehr im Twitch-VOD. Aber was macht ihr nun, wenn ihr einen GoXLR verwendet? Im Endeffekt wieder genau das Gleiche. Ihr geht dann zum Beispiel in die Software vom GoXLR, schaut dort dann in der Routing-Tabelle, dass die Musik nicht im Stream-Mix ist. Das heißt, Musik nehmt ihr hier aus dem Broadcast-Stream-Mix raus. Dadurch ist die Musik erstmal gar nicht mehr im Stream zu hören. Und dann fügt ihr sie wieder in OBS ein. Das heißt, hier geht ihr dann auch wieder in die Einstellungen und geht dann zu Audio. Und anstatt jetzt hier Desktop-Audio-Wave-Link-Music, nehmen wir hier jetzt vom TC-Helikon-GoXLR die Musik. Das heißt, einmal schauen, Musik TC-Helikon-GoXLR übernehmen. Und schon haben wir wieder eine Musikspur, in der dann die Musik auch in den Stream geht, aber nicht ins VOD. Wenn ihr darauf achtet, dann auch hier wieder in die erweiterten Audio-Eigenschaften zu gehen und die Musik hier oben aus der VOD-Spur rauszunehmen. Also zwei dann zum Beispiel nicht zu aktivieren. Und im Prinzip ist, egal was ihr verwendet, dieses Vorgehen gleich. Musik aus dem Stream-Mix separieren, in OBS einfügen und dann aus der VOD-Spur in den erweiterten Audio-Eigenschaften entfernen. Und sollte euch das ganze Thema, wie Spuren in OBS funktionieren, interessieren, dann kann ich euch dieses Video hier nochmal empfehlen. Dort gehe ich auf die ganzen Eigenschaften von Spuren in OBS ein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!